Und eins überhängen lassen wir dann auch noch. Also brauche ich schon noch ein paar mehr. Ein paar mehr Treppen, damit ich das Ganze hier fertigstellen kann. Es sind zwar nicht mehr so viele. Das war jetzt doof da unten. Oh, immer eins zu tief ziehe ich hier so da dran. Sehr schön, der hat funktioniert. Na, lass mich doch da... Ich muss auf dem oberen Ende stehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, und eins überhängen. So, sehr schön. Jetzt hole ich mir erstmal die beiden da. Zack, zack. Mach hier noch die Wand zu. Und dann sollte ich eigentlich erstmal schnell schlafen gehen. Ganz einfach, damit ihr auch mehr seht. Und wir hier nicht von Creepern und Co. überrascht werden können. Habe ich die überhaupt an? Ja, da stand ein Skelett. Guckst du, so traurig du Baum. Habt ihr eigentlich schon einen Namen für den Baum ausgesucht? Ich bin ja immer bereit, da irgendwelche schönen... ...namen anzunehmen. Und unser Aquarium müsste man eigentlich... Ich muss mir mal eine Behutsamkeits... ...Dings machen. Hacke. Damit ich da hinten... ...Glas abbauen kann. Irgendwo in einer Schneegegend. Und wenn ich das Glas abgebaut habe... ...dann will ich das nämlich auch irgendwo setzen. Ja, äh, hinter dem Aquarium nämlich. Und ach so, können wir mit Behutsamkeit da noch ein paar schöne Sachen machen? Ja doch, ich glaube, das Dach, das wird cool. Kann gut aussehen. Von innen auch. Von innen kann ich ja dann auch Treppen ransetzen. Weiß ich noch nicht. Muss mal überlegen. So, so. Ach, hier komme ich noch rum. Das ist ja praktisch. So, und jetzt muss ich wirklich überlegen. Wir machen das so, das Ganze. Jetzt mache ich da oben drauf meinen Halben. Und die Halben, die ziehe ich jetzt bis hinten durch. Ja. Das ist das Dach. Wieso habe ich überhaupt so viele von den... Ach klar, die hatte ich... Von dem anderen Dach hatte ich mir die noch... Schwups, da hatte ich mir zu viele gemacht. Von den Halslabs. Von den Holz... Von den Holz-Halslabs. Holz-Halslabs. Burn, baby, burn. Oh, ich habe meine Steuerung geändert. Normalerweise habe ich auf der 4... ...äh, immer Zoom. Aber... ...manchmal vergesse ich das auch. ...da drauf zu packen. So. Ich weiß nicht, warum ich auf der 4 den Zoom habe. Ich habe den da irgendwie gern. Auch wenn man damit gleichzeitig den 4. Inventarplatz aufruft. Aber das soll einen ja nicht stören. Also ich kann ja hier mit den Zahlen quasi durchgehen. Hier das ist der 1. Platz. Jetzt meine ich mir auf den 3. Jetzt meine ich mir auf den 5. Und bei der 4 habe ich dann halt immer... ...äh, Zoom und gleichzeitig... ...den 4. Platz auswählen. Deswegen mache ich mir bei zum Beispiel... ...Hunger Games auch immer... ...da auch gleich die Waffe drauf. Das heißt, wenn ich wirklich an jemanden ranzoome... ...toll. Das habe ich nicht genug. Ja, ist gar nicht... ...ist gar nicht so viel Platz. Also da muss man mit der Einrichtung auch ein bisschen... ...ein bisschen sparsam werden. Sparsam mehr werden als... ...als sonst. Und das hier finde ich... ...das sieht doch echt cool aus. Hier so eine richtig schön dunkle Ecke. Könnte man hier noch so ein... ...hier lassen wir mal noch ein Fenster vielleicht. So eine Art Dachbodenluke. Oder sieht das doof aus? Ne, das können wir so lassen. Und dann muss ich mir doch... ...mein restliches Fichtenholz... ...noch zusammen... ...hämmern. So, ich mache erst mal... ...ach, alles muss ich erst mal zu Holz machen. Und dann mache ich... ...ein paar Treppen... ...und noch ein paar Slaps. Ja, ich gucke mal, ob das reicht. Ansonsten muss ich noch mal schnell runter. Zack. Und hier oben muss ich auf jeden Fall auch ein Fenster lassen. Ganz einfach auf das... ...das wunderschöne Meer. Ja. So. Und so langsam bauen wir... ...während wir hier alles... ...beschlabbern auch alles wirklich fertig. Yeah. So, da dran, da dran, da, da, da. Da und da und da. So, jetzt... ...jetzt wird es kompliziert. Glaube ich. Denn jetzt möchte ich... ...hier unten dran... ...nehmlich noch eine setzen. Zack. Okay, hier funktioniert es bislang ganz gut. Hier muss ich wieder oben drauf. Na, lass dich doch da an der Ecke. So, sehr schön. Und zack, und zack, und zack. So. Huch, jetzt bin ich da runtergekommen. So, ich bin heruntergekommen. Ja, ja, ja. So. So, das war verkehrt rum. Das ist natürlich, wenn man zu hoch zielt. Ey, vielleicht... ...macht dich weg von Bäumen. So, das hat geklappt. Sehr schön. So, und jetzt kann ich wieder da an die Wand zielen. Dadurch geht das schon deutlich leichter als auf die Ecke von der Treppe. So, so, so. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Und dann ist auch schon dieses Dach fertig. Und da hin. Obwohl. Oh, doch, das sieht geil aus, oder? Mit dem Schornstein. Der hängt vielleicht ein bisschen weit vorn. Aber wir wollen ja auch das ganze Ding sehen. Also von daher. Ja, doch, das ist cool. Dahinter muss ich mir vielleicht noch was überlegen. Das mit dem Holz da, das finde ich noch nicht optimal. Und ich finde, es hört sich schon wieder so an, als ob irgendwo was brennt. Das kann doch nicht sein hier. Ist das vielleicht der falsche Befehl? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr euch damit auskennt. Ich würde es wirklich gerne wissen. So. Ich glaube, das sind genug Fackeln für hier oben. So, jetzt bin ich hin und her gerissen. Will ich hier auch noch von innen quasi Treppen dran setzen. Dann sieht das Ganze nicht so blockmäßig aus. Ich glaube, das mache ich mal. Ja, bei Minecraft etwas nicht blockmäßig aussehen lassen. Ist zwar Perlen vor der Säule, ne? Aber trotzdem. Wat mutt, dat mutt, ne? So, schauen wir mal. Schau ich mal, was ich hier noch draus machen kann. Von außen muss ich ja auch noch gegen Treppen setzen. Gegen Treppen? Das hört sich total fachmännisch an. Jetzt knistert das doch schon unter mir schon wieder. Was ist das? Wieso? Böse Lava. Ich mache ihn damit am besten mal. Dann baue ich die nachher erst mal zu, bis ich da den richtigen Befehl dann anscheinend raus habe. Oh, Mann. Setz dich richtig, Treppe. So, oben dran, oben dran. Jetzt muss ich gucken. Komme ich da? Ja. Sehr gut. Und dann führen wir das Ganze einfach fort. Und der Balken, der sieht dann natürlich super mit eingearbeitet aus. Das gefällt mir. Hier kann ich recht schnell lang flitzen. So. So, 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 so. Und das knistert schon wieder unter mir. Ich muss das schnell zubauen, sonst fackelt uns hier noch was ab. Bislang ist ja aber noch nichts kaputt gegangen. Vielleicht macht es einfach, dass Feuer nichts verbrennt. Es breitet sich zwar aus, aber es verbrennt nichts. Kann das sein? Das wäre aber auch nicht optimal. Ich möchte ja da nicht immer so eine brennende Decke haben. So. Dann also hier einmal abkloppen. So. Ein paar Bäumchen fällen. Und zack, zack. So. Und die Setzlinge muss ich dann natürlich... Hey, na? Huhu. Yes. Wababababa. Och. Der hatte schon ein bisschen Schaden durch die Sonne bekommen. Bis er sich unter den Baum geflüchtet hat. Gerettet hat. So. Und den nehmen wir auch mit. Wann habe ich die Bäume hier eigentlich gepflanzt? Weiß ich gar nicht mehr. Na, wer ist ein echter Fan? Der sucht jetzt die Folge aus, in der ich das gepflanzt habe. Und schreibt es in die Kommentare. Und die Folge verlinke ich dann. Aber nur, wenn es in den Kommentaren steht. Top, die Wette gilt. Top, die Fette quillt. Äh, die Wette quillt. Äh, die Fette, äh, oh mein Gott. Top, die Wette gilt. Bist du tough genug, alle meine Folgen nochmal zu sehen? So. Um die Ecke auch noch. Ähm, ich kann ja noch nebenbei was erzählen. Damit das Heutzutage mir nicht so langweilig ist. Ich baue gerade an einer PvP-Arena. Der ein oder andere von euch guckt bestimmt auch noch andere Minecraft-Let's Plays. Zum Beispiel von dem... Obwohl, der macht ja keine Let's Plays in dem Sinne. Äh, von unten gespielt. Der macht auch Minecraft-Videos. Und, äh, der hat einen eigenen Server gegründet. Das soll der größte deutsche City-Build-Server werden. Und, ja, weil ich da halt gerne mitmachen würde. Will ich, äh, mich bewerben. Und zwar mit einer Arena quasi. Ja. Und dann lade ich, ähm, euch da bestimmt auch ein Let's Show oder sowas hoch. Wie ich dann halt das Grotstück bebaue. Das heißt, let's show, ähm, die fertig gebauten Sachen. Nicht die... Die, die Farmsachen und sowas. Das lassen wir sein. Einfach die, die fertig zusammengesetzt. Also, wenn ich mir da irgendwo eine Kuh zusammensuche oder eine... oder sonst irgendwas. Äh, dann zeige ich euch das nicht. Weil das ist jetzt nicht das Spannendste... Das Spannendste von die Welt. Sondern, dann mache ich, ähm, sowas. Das mache ich dann halt, äh, äh, ohne aufzunehmen. Ja. So. Und, äh, dadurch erhoffe ich mir dann halt schnell auf dem Grundstück vorwärts zu kommen. Weil, äh, das schränkt einen ja schon sonst ein bisschen ein. Wenn ich das alles immer aufnehmen müsste und rendern müsste und hast du nicht gesehen. Das wäre ja dann quasi wie ein zweites Let's Play nebenbei.